Hallo, ich heiße Gerhard, bin hier im Hotel Ressort Buena Comana. Die Leute hier sind sehr wundervoll, es gibt sehr viele Berge, Vulkane, Strände, Vögelarten, Flüsse und natürlich auch der Strand ist es wundervoll hier in Costa Rica. Alle Strände sind sehr wundervoll in Costa Rica und ich liebe es hier zu sein.